Seit der Jugend kennen sich diese beiden Herren schon. HSVH-Trainer Thorsten Jansen und Lemgo-Trainer Florian Kehrmann. Eine Freundschaft, die schon über Jahre besteht. Am kommenden Sonnabend treffen die beiden nun mit ihren Teams aufeinander. 60 Minuten rückt die Freundschaft dann in den Hintergrund. Wir haben in der Nationalmannschaft zusammengespielt. Wir sind quasi eine Generation und schätzen uns sehr. In erster Linie guckt man auf seine eigene Mannschaft, was man da mit an die Hand geben kann und guckt weniger darauf, was der gegnerische Trainer macht. Was er natürlich taktisch macht, schon. Aber ansonsten suche ich da jetzt nicht ständig den Kontakt und werde von Weitem irgendwelche Handzeichen geben. Für die Hamburger ist Lemgo nicht nur der Pokalsieger und European League Teilnehmer, sondern auch ein Gegner, der seine Stärken kennt. Wir wissen, dass Lemgo eine sehr gute Mannschaft ist, die sehr stabil gespielt haben, die sich die letzten Jahre auch peu a peu entwickelt haben, immer mal wieder Überraschungen gezeigt haben oder große Mannschaften geschlagen haben. Und ja, jetzt spielen sie international. Das ist der Lohn dafür. Und ich glaube, dass wir schon vom Spielstil, von vielen Sachen vergleichbar spielen wie Lemgo. Die Hanseaten treffen nach langer Zeit mal wieder auf einen Gegner, der tabellarisch über ihnen steht. Nach der Niederlage im letzten Spiel ist der HSVH auf Platz 8 abgerutscht, während die Ostwestfalen nach einem Sieg zuletzt auf Platz 6 stehen. Doch das spielt keine Rolle, wenn man links außen Kasper Mortensen fragt. Ich finde, es ist ein Spiel wie immer eigentlich. Es gibt keine einfache Spiele in der Bundesliga. Das ist die stärkste Liga der Welt und gegen Lemgo ist noch ein schwieriger Kampf. Aber wir freuen uns riesig für unsere fantastischen Heimwärtsspiele wieder, mit unseren Zuschauern dabei, mit guter Stimmung in der Halle zu erleben. Das heißt, wir geben voll Gas und hoffentlich reicht das für zwei Punkte. Freuen dürfen sich die Fans also auf eine packende Partie auf und neben der Platte. Und ganz unabhängig vom Spielstand werden Jansen und Kermann sicherlich nach 60 Minuten weiterhin Freunde bleiben.